jo freunde was geht herzlich willkommen zurück zu the journey hier auf meinem kanal wir sind da wo wir letztes mal stehen geblieben waren nämlich kurz vor dem training mit alexander und den spurs ja mal gucken wie das training heute wird hier haben wir jetzt alexander wie er sich noch kurz warm macht bisschen rum hüpft gucken was die trainingseinheit für heute wird und es scheint direkt in einen testspiel zwischen den spurs zu geben hier mit sogar mit einem offiziellen schiedsrichter was bei euch auch immer früher beim training so dass das trainingsspiel irgendwie das war auch was ihr euch am meisten gefreut habt die übungen waren schön und gut die eine macht man mehr die andere weniger und die testspiele oder die trainingsspiele am ende war immer das beste mal gucken was wir hier jetzt mit alexander reißen können ah hier ballverlust von uns auf flanke kommt gut schade für die gegner für uns natürlich super aber vielleicht können wir jetzt mal nach vorne mit ball schade sehr gut verteidigt hat er nur in die stärke naja egal also behaltung auf jeden fall ist jetzt nicht so gut 5,8 ein bisschen ein zwei pässe jetzt aber aufgepasst der gegner kommen ganz schwach verteidigt kann man auch nicht so auf das ganze player model hier in fifa 17 zurecht fifa 18 zurecht das ist etwas anders zu dem in fifa 22 respektive 23 ach schade fast hier nochmal an den ball gekommen war ein pass haben wir schon gespielt und haben halt aber auch ein zwei fehler drin wie den hier zum beispiel gerade ja muss man sich erstmal wieder hier anpassen jetzt vielleicht mal vielleicht haben wir eine besondere aktion gott schiri das waren faul auf jeden fall ist unsere bewertung alles andere als gut vielleicht schaffen wir irgendwie ein tor das irgendwie zu retten dass wir nicht direkt beim trainer und durch sind das ist gut gespielt hier eriksen damals noch bei tortenham das waren auch gute zeiten kann mich aber auch mal an die zeiten erinnern wo tortenham wirklich gut war da haben die damals auch das champions league finale 2019 erreicht mit christian eriksen das war damals hier ich glaube das war genau diese mannschaft hier oder ein jahr war ein jahr weiter da waren die richtig richtig gut das hat mir der fußball von denen auch unter progettino gefallen aber aktuell läuft es bei den ja auch sehr sehr gut sind ja zweiter haben gegen leicester 6 2 geworden bei alexander läuft bis jetzt hier noch nicht so gut jetzt vielleicht beim laufstuhl nein das sind ja aber auch alle schneller vielleicht jetzt mal fehlpass shelter was die ist denn hier zusammen da ja immer eine beideroberung haben wir schon guter pass 5,8 jetzt jawoll son ja und direkt geht unsere beiderung hoch erstes tor für unser team von son leider alexander nicht so beteiligt dabei aber immerhin das erste tor für uns sehr schön kommt wieder damals noch aus ja auch 1 0 zur pause als stürmer musst du nicht nur tore schießen also unser trainer steht nicht so zufrieden zu sein hat jetzt direkt den negativen kommentaren gehängt mal gucken wir das jetzt in der zweiten hälfte ändern können in der 6,7 haben wir jetzt durch das tor irgendwie einfach mal bekommen so jetzt hier mal vorne die balleroberung jetzt mal hier halt direkt wieder fehlpass das mache ich denn hier aber gute balleroberung komm jetzt schick mal hunter mach ihn wichtig da ist unser tor direkt 7,8 hier läuft doch erste gute szene von alexander im spiel sehr gut direkt sehr 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 gut sehr gut platziert sehr gut gemacht wichtig und richtig so muss das auch sein vielleicht können wir jetzt mal hier hinten kontern vielleicht können wir jetzt mal hier hinten kontern schnell gehen oh da ist raum da ist viel raum der son ist schnell der muss ihn jetzt rüber legen den hunter macht es wichtig doppelpack gute vorlage von jung und schon wirklich sehr 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 gut gemacht wichtig und richtig so muss das auch sein so noch die letzten paar sekunden jetzt vom training da ist es vorbei wir haben zwei tore gemacht das feedback hier rechts fällt schon jetzt deutlich besser aus klasse klasse kurz besser heute ja weiß ich nicht kann sein auf jeden fall 9,2 sehr 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 gut für alexander so und mit dem bild uns in der startelf mit den gelb markierten leibchen sieht das doch schon sehr sehr gut aus für alexander auf einmal fühlt sich martinick sehr weit weg an man dein positives denken hat mir gefehlt lily man weiß erst was man hat wenn es weg ist nispa also wo gehen wir denn heute essen da kann ich leider nicht mitkommen ah ja philippe medientag für die neuen premier league stars sieh sieh oh sieh mal es ist alexander bitte mister hunter bitte krieg ich ein autogramm hey lass den quatsch ja lass dich nicht verrückt machen alex beim team geht es nicht um dich sondern um uns es geht um mich das scheinen anscheinend die zwei spaßvögel gewesen zu sein jedenfalls zwei sehr sehr lustige typen so und wir sind jetzt wieder in london und haben im vergleich zum letzten mal mehr follower wie man gerade sehen konnte rechts hier jetzt haben wir nämlich anstatt 370k 378k follower schon viel viel besser so hier scheint es gleich weiter nach london zu gehen aber erstmal bekommen wir jetzt die attribute nämlich spielereigenschaften mit spielereigenschaften kannst du alex einzigartige fähigkeiten und skills verschaffen ich setze skill punkte ein um spielereigenschaften zu kaufen skill punkte erhältst du indem du alex gesamtwertungs verbessert steigt da steigt sich absolvierte spieler ja genau wieder perfekt gefett fingert stark naja auf jeden fall ist das wie man es halt kennt so ein skill baum wie man ihn auch mittlerweile in der spieler karriere in fifa 22 hat hier haben wir die gesamtstärke können wir uns was mit den skill punkten kaufen was kaufen wir uns denn hier etwas fürs dribbling fürs schießen auf jeden fall nicht defensiv vielleicht etwas fürs tempo tempo ist eigentlich immer wichtig obwohl knapp 80 tempo ist ok oder also defensiv na gut fürs passen passen ist eigentlich auch immer relativ wichtig das kostet ein skill punkt das kostet ja für volleys auch noch was sehr gutes hier ja das ich glaube so so passt dass wir es gemacht haben und jetzt geht's nach london ja und hier scheint es direkt ins tv interview zu gehen hier kommt einfach marcus rashford uns entgegen cool alles klar ja und hier scheint es direkt jetzt hinein zu gehen mach dir keine sorgen ist wie ein interview nach dem spiel nur im sitzen und ohne schwitzen wie auch immer sitzen wirst du jedenfalls hey michael stimmt es dass der klub alex einen neuen vertrag angeboten hat das hat oberste priorität jim wenn es optimal läuft habe ich sogar eine überraschung oh gut gut hauptsache alex macht sich keine sorgen er muss sich auf die neue saison konzentrieren es geht nicht nur um die neue saison jim bei diesem deal muss wirklich alles stimmen weißt du ich wünschte harold hätte jemanden wie dich gehabt ehrlich ja das wird schon junge sei einfach du selbst das sagt sich so leicht das ist rio ferdinand und du bist alex hunter alex helix hey thanks for coming out man nett dich kennenzulernen no problem das hört sich jetzt wie ein fanboy an aber ich hab als kind all deine spiele verfolgt du ryan giggs christiano ronaldo hätte nie gedacht dass ich mal hier sitzen würde ich bin alex hunter und das ist once to watch wir gehen zurück 12 monate ohne einen professionellen kontrakt dann musst du durch einen exit trial und einen klub finden jetzt bist du ein fb cup gewinner was hat das passiert alex mit hier scheinen wir jetzt nun unsere erste frage gestellt zu bekommen was war der grund der das vertrauen des trainers kommt glaube ich immer ganz gut vor allem als junger spieler das gibt einem das selbstvertrauen das eigene potenzial auszuschöpfen hm das ist die truth es hilft wenn du das Spiel in deinem Blut hast ich meine jim hunter natürlich eine klub legend was ein spieler aber harold hunter der ihr Vater decenter Spieler auch ich hörte dass er in der fb cup final kam ist das wahr um die erste begegnung seit der vor acht Jahren in die Staaten ging Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt, möchte ich nicht über Harold reden. Another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish. But I heard a thing's got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profi-Club. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus, ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Aber ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA-Cup-Finale geredet. Wir sind beide Erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Und hier bekommen wir jetzt die nächste Frage. Wer hatte die Dinase Thorn von Ryo Ferdinand? Ähm. Also entweder Naverwoll oder das Team Kammer zuerst. Ich glaube, wir brauchen mehr Follower. Oder halt irgendwas ausgeglichenes wieder. Was passiert eigentlich, wenn das Ding einfach abläuft? Oder und dann sollte er das Spiel einfach selbst verhalten? Okay. Also Gareth hatte noch nie ein gutes Gedächtnis bei sowas. So, Alex Hunter. Danke, dass du kommst, Mann, und uns heute zu sprechen. Gute Glück auf einer neuen Saison. Danke. Cut. So, das ist alles, Mann. Wir sind fertig. Well, guter Job, Mann. Wer denkt sich denn die Fragen an uns? Ziemlich heftig. Listen, we'll just get into the real stuff, if that's what you want. But you did good, man. It was nice. Alright? Well, good luck in the new season, man. Hey, Mann. Du auch? Ja. Sonst trauen sie wohl viel zu, ha? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. Lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mach ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alex. Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth. Wusstest du nicht, dass du auch da bist? Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun. Das ist ein schnelllebiges Geschäft. Kennst du ja. Tja, ich, äh, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ist der echt immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist der der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist ne Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Was macht Gareth denn da für Andeutungen mit unserem Agenten? Was macht mir jetzt schon ein bisschen zu schaffen? Das werden wir bestimmt noch sehen im Laufe der Karriere. So, jetzt sind wir wieder in London und sehen ganz unten recht, dass wir bald im Spiel einen Pokal haben gegen Real Madrid. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal bei The Journey. Bis zum nächsten Mal bei The Journey.